Gibt es einen Babygeruch? Es heißt ja immer, Babys riechen so gut. Aber stimmt das überhaupt? Oder behaupten das bloß die Mütter? Kann man das objektiv messen? Riechen Babys wirklich gut? Und was an denen riecht eigentlich gut? Um die Frage geht es heute in meiner Serie Babywissen. Irgendwas scheint dran zu sein, denn Umfragen zeigen, dass viele Leute finden, dass Babys gut riechen. Mehr dazu in meiner Serie Babywissen. Ab 15 Uhr auf WDR 5. Und nächste Woche geht es weiter. WDR 5 Babywissen. Wiege, Windeln, erste Worte. Der hier riecht übrigens nach Plastik.